Musik Also, jetzt kommen wir. Jetzt kommt eine ganz schwierige Rechenaufgabe. Das gibt... Moment. Was gibt 99.999 mal 2? Es gibt... 99.999 mal 2. Es gibt 198.999. Falsch. 10.000 können fließen. 119.999. Ah ja. Stimmt. Dann ist das ein Zeug. Jawohl. Also Steffi, ich habe mit dem Taschenrechner können. Ich bin noch lange, lange, lange nicht so gut wie sie. Aber... Sie hat uns richtig angekommen. Also... Also... Trotzdem gibt es trotzdem... Und zwar... Das Süchtli hier. Merci, Behmau. Schau, wo ist der? Ah, das ist aber ein sehr schönes Süchtli. Nein, warte, warte, warte. Warte, warte. Es ist ein Schnapp.